Je genauer Sie hinschauen, je tiefer Sie in die Materie blicken wollen, desto größeres Auflösungsvermögen müssen Ihre Mikroskope haben. Größeres Auflösungsvermögen heißt, übersetzt, höhere Energie, weil ich dann eine kleinere Wellenlänge habe und damit ein feineres Abtastvermögen sozusagen der Objekte. Je kleiner das Objekt, desto besser muss das Abtastvermögen sein, desto höhere Energie brauche ich, desto größer müssen die Beschleuniger, die Mikroskope sein und desto größer müssen auch die Detektoren sein, die dann die Teilchen nachweisen. Wir haben ein Standardmodell in der Teilchenphysik, das ein mathematisches Gerüst, das die Wechselwirkung zwischen den Teilchen erklärt. Das funktioniert hervorragend, ausgesprochen toll, aber leider nur für masselose Teilchen. Wir wissen nun, dass Teilchen Masse haben und der Higgs-Mechanismus, dieser zusätzliche mathematische Formalismus eingeführt von Herrn Higgs, der erklärt im Standardmodell, wie Teilchen zur Masse kommen können. Das ist eine spezielle Wechselwirkung in einem Feld, das dann selbst wieder durch die eigene Wechselwirkung ein Teilchen erzeugt, und das ist das Higgs-Teilchen. Das heißt, wenn wir das Higgs-Teilchen finden, dann wissen wir, dass es den Higgs-Mechanismus gibt und damit haben wir eine Erklärung oder die Erklärung im Standardmodell für die Masse der Elementarteilchen. Ich glaube, dass es existiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es erst, wenn ich es finde. Ich weiß aber, dass es irgendetwas geben muss, was dieselbe Wirkung hat wie das Higgs-Teilchen, weil es irgendeine Erklärung geben muss, warum die Elementarteilchen Masse haben und warum auch die Verhältnisse in den unterschiedlichen Massen der Elementarteilchen da sind. Mit einem Fund wäre sicherlich Herrn Higgs der Novellpreis sicher. Weiter möchte ich erst mal nicht gehen. Die Materie, wie wir sie kennen, ist aber nur circa 5% des Universums. 95% des Universums kennen wir nicht. Wir wissen, es besteht etwa zu einem Viertel aus dunkler Materie, die wir nicht kennen, und zu etwa drei Vierteln aus dunkler Energie. Das ist das, was das Weltall auseinander treibt, die wir noch weniger verstehen. Wir haben gewisse Probleme, 95% der Energie- und Massebilanz des Universums zu erklären. Und das ist das Spannende. Und wir denken, oder wir hoffen sehr stark, dass wir mit dem LHC den ersten Schritt in diese Richtung machen. Und das ist das Faszinierende, was vor uns liegt die nächsten Jahre. In der Schule hatte ich auf dem Gymnasium, als ich im ersten Jahr Physik hatte, einen sehr, sehr guten Lehrer, der sehr motivierend war und der auch nach kurzer Zeit mich mal zu ihm gerufen hat und meinte, heuer, wenn du die Physik studierst, dann machst du was falsch. Okay, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Auch heute hat man ja sehr häufig schon in der Schule Begriffe wie Quarks und Lepton. Das hätte man vor vielen Jahren auch noch nicht gedacht. Es ist doch ganz klar, dass alles das, was an neuem Wissen hinzukommt, auch irgendwann Eingang entweder in die Schule oder generell in die Lehrbücher findet. Und es ist auch das, was, glaube ich, meiner Ansicht nach sehr wichtig ist für die jungen Leute zur Motivation. Sie müssen doch auch mit dem, was sie lernen, zwar die alten Regeln kennen, auf denen dann die ganze neue Physik oder die neuen Erkenntnisse beruhen, aber ich muss doch die Leute auch erst mal mit den neuen Erkenntnissen konfrontieren. Und das ist das, was die Leute interessiert. Wir tun ja auch viel für Lehrer, sowohl am DESI als auch am CERN gibt es ja auch die Möglichkeit für Praktika. Es gibt die Kurse für Lehrer. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Lehrer auch an die neue Physik, an die neuesten Forschungsergebnisse heranzuführen. Das motiviert die Lehrer. Und wenn die Lehrer motiviert sind, motiviert es auch die Schüler. Teilchenphysik ist Grundlagenforschung. Ohne Grundlagenforschung keine angewandte Forschung und damit auch kein Fortschritt. Auch nicht in der Technologie. Darüber hinaus ist Grundlagenforschung natürlich auch Teil unserer Kultur. Es ist ein Kulturgut. Und meiner Ansicht nach ist es genau das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Das ist ein Kulturgut.